Was geht ab Leute, Zane ist wieder da, mit einer neuen Theorie und zwar, wem gehören die restlichen 3 Grabsteine in Wano? Wir haben ja im letzten Kapitel 8 Grabsteine gesehen, auf 5 von denen standen Namen. Kanjuro, Raizo, Kinemon und Momonosuke und natürlich Oden nicht vergessen. Auf den 2 äußeren stand nur Halter, also dieselbe Position welche Kinemon, Kanjuro und Raizo inne haben. Auf dem letzten und hinten stand dann nochmal Kurozuki, doch wem gehören denn diese 3 restlichen Grabsteine? Bei dem hinteren, wo Kurozuki steht, können wir sicher davon ausgehen, dass dieser zu Odens Frau gehört, also Momonosukes Mutter. Was mich hierbei nur wundert, wieso zeigt Oda uns nicht den Vornamen? Ich meine, wenn da jetzt irgendein Name stehen würde, hätte er diesen ja einfach zeigen können, wäre jetzt nichts großartiges gewesen. Außer, dass wir halt endlich mal den Namen von Momonosukes Mutter erfahren. Deshalb denke ich, dass Oda uns da was verheimlicht. Entweder, weil wir diesen Namen schon gehört haben oder vielleicht diesen Charakter sogar wirklich kennen. Das gleiche gilt auch für die beiden Namen der Halter, also der anderen 2 Grabsteine. Doch welche Namen bzw. Charaktere könnten sich hierbei verbergen? Bei den Haltern könnten wir die Namen Inuarashi und Nekumamushi sehen. Immerhin wissen wir ja, dass diese zusammen mit Oden eine lange Zeit unterwegs waren. Das wären die wohl am wahrscheinlichsten entstehenden Namen. Dennoch gibt es auch andere Möglichkeiten, welche viel erschreckender wären. Vielleicht steht hier der Name von Koshiro, Kuinas Vater und Zoros Meister. Vielleicht war er jemand aus Wano Kuni und flüchtete damals ebenso aus selbigen. Würde erklären, dass er so Techniken wie Schneiden ohne zu spalten beherrscht und wieso er im Besitz des Wado Eji Monji war. Eine weitere Möglichkeit, die aber eher sehr unwahrscheinlich ist, wäre Sento Maru. Er kommt aus Wano Kuni, denn auch sein Name wird typisch im Wano-Style geschrieben. Und zwar mit den Kanji, nicht mit der romanisierten Version. Aber ich denke, er ist erstens zu jung und zweitens wäre es seltsam und würde in der Story einfach keinen Sinn ergeben. Außer es wäre irgendein hoher Plot eines A-Doppelspions. Aber naja, nein. Aber ein weiterer Name, der mit dabei in den Sinn kam, wäre Mihawk Dulacre. Wir wissen über ihn bisher so gut wie nichts. Außer, dass er ein starker Schwertkämpfer ist. Was, wenn er dies in Wano Kuni gelernt hat? Und ebenso auch von dort sein Schwert erhielt. Jetzt heißt es erstmal, Mihawk wirkt aber nicht wie ein Samurai. Naja, muss er ja nicht unbedingt. Auch Raizo ist kein Samurai, er ist ein Ninja. Wir wissen, es gibt in Wano auch Sumos wie Urashima oder Sentumaru. Und es gab in Wano schon einen Charakter, der ähnlich zu Mihawk ist. Und zwar Kurano. Der Antagonist aus Odas One-Shot Monster, derselben Geschichte aus der auch Ryuma stand. Er sieht Mihawk verdammt ähnlich und kämpft eben auch nicht wie ein Samurai, sondern mit einem Degen. Mehr wie so ein Musketier. Hatadada. Vielleicht ist Mihawk ein direkter Nachfahre dessen und schloss sich den Kutsukis an. Denn hätte Mihawk auch endlich eine Mission, er soll mit dabei helfen, Wano Kuni zu öffnen. Deshalb wurde er ein Samurai, um vielleicht die Weltregierung auf Kaidos Spuren zu bringen. Oder um einfach stärker zu werden, um Kaido irgendwann selbst besiegen zu können. Denn eigentlich ist er die Marine eher der Feind. Das wäre ein bisschen blöd. Vielleicht hat er mittlerweile aber auch seine Hoffnung auf Zoro gelegt. Oder er hat sich komplett unentschieden und hat einfach gesagt, das alles hat keinen Sinn mehr, ich gehe meinen eigenen Weg. Der einsame Schwertkämpfer. Es gibt auch noch die Möglichkeiten, dass auf den Grabsteinen die Namen Otsuru oder Okiko stehen. Beide kamen wohl auch erst vor kurzem wieder in Wano Kuni an, doch wo waren sie vorher? Vielleicht waren sie ebenfalls auf der Flucht. Doch stellt sich bei Okiko die Frage, ob diese nicht vielleicht einfach zu jung dafür ist, denn immerhin ist Oden schon vor 20 Jahren vermutlich gestorben. Eine letzte Möglichkeit wäre noch Isu, der Kommandant der Weitbeard Piraten. Dieser kommt wohl aus Wano Kuni, wie man auch aus dem Bild seiner Kindheit entnehmen kann. Oden war ja eine Zeit lang mit Inuarashi und Nekoma Muschi auf Whitebeards Schiff. Vielleicht war auch Isu dabei. Doch dieser blieb dann bei seinem Papa. Bei der Frau von Oden kann ich mir nur nicht vorstellen, was für einen Namen sie haben könnte. Vielleicht ist sie ja Isu und dieser war früher eine Frau und Ivankov verwandelte sie in einen Mann, um sie vor Kaido zu verbergen. Naja gut, ich gebe zu, das ist eher unlogisch. Vor allem da er auf dem Bild als Kind einen Jamash, einen japanischen Männerhaarschnitt trug. Oder Jamash, wie auch immer man das ausspricht. Aber vielleicht baut der Name von Odens Frau eine Verbindung zu Kuina oder Tashigi auf. Leider habe ich hierbei keine Idee, welche Name uns hier versteckt gehalten werden könnte. Vielleicht fällt euch aber etwas dazu ein. Schreibt es dann bitte in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Like und einen Abonnenten mehr da. Und ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Video wieder. Bis dahin wünsche ich euch wie immer viel Spaß und haut rein. Ciao. Shut your mouth!